Hallo ihr Lieben, mein Name ist Marleen Utech und mit diesem Video möchte ich dir kurz meine Arbeit vorstellen. Ich bin Hundetrainerin aus Berlin und habe zuletzt knapp drei Jahre in einer Berliner Hundeschule auf Basis der positiven Verstärkung gearbeitet. Seit Anfang des Jahres biete ich eigene Online-Kurse im Bereich des positiven Hundetrainings an und promote meine Trainerkollegen, die sich wie ich für das Training über positive Verstärkung stark machen. Auf meiner Webseite biete ich eine Plattform für Online-Kurse im Bereich des Tiertrainings und möchte so richtig gutes Training verbreiten und mehr Tierhaltern zugänglich machen. Unter Online-Kurse seht ihr verschiedene Rubriken, einmal hier oben Alltagstraining, Problemverhalten, Welpenthemen, Hundesport und so weiter. Wenn ihr das anklickt, dann öffnet sich eine Seite und ihr findet hier ganz einfach alle Online-Kurse zum Thema Alltagstraining. Scroll mal einmal runter. Oder ihr geht auf Problemverhalten. Da findet ihr dann auch Online-Kurse, alle auf Basis der positiven Verstärkung. Und die Jagdtraining. Medical Training. In den letzten sechs Jahren durfte ich sehr viel über Hunde lernen und möchte meine Erfahrung und mein Wissen, dass ich nicht zuletzt durch die Hundetrainerausbildung der Tierakademie Scheuerhof bei Viviane erhalten habe, mit euch bzw. mit dir teilen. Ich schreibe regelmäßig Fachartikel zu den unterschiedlichsten Themen und hoffe so zu einem besseren Verständnis zwischen Mensch und Hund beizutragen und das großartige Training über positive Verstärkung weiter zu verbreiten. Unter Alltag mit Hund seht ihr meine bisherigen Artikel, wie zum Beispiel Preisformen, Tagetraining und Co. Und es sind auch immer Videos dabei, um das Ganze anschaulicher zu gestalten. Hier ein Video über das freie Formen. Oder zum Beispiel positive Verstärkung. Nehmen wir das Mutproben. Mutproben oder wie Hunde lernen, über sich hinaus zu wachsen. Und es ist auch immer, wie man hier sieht, mit einem oder mehreren Videos aufbereitet. Medical Training ist auch ein Thema, was ich bereits mal aufgenommen habe und einen Artikel darüber geschrieben habe. Hier sieht man auch wieder Videos, wie man das machen kann. In meinem Blog Dog With Me schreibe ich über meine Erfahrungen aus der Hundewelt, wie beispielsweise von Seminaren, Workshops und berichte auch aus meinem Leben als Hundehalterin und Hundetrainer. Hier habe ich zum Beispiel von dem zweitägigen Bandseminar mit Krisha Stewart berichtet. Ich muss noch mal ganz kurz reingehen. Und auch wieder mit Video. Hier habe ich einmal einen Artikel geschrieben über professionelle Videos, wie man die ganz einfach erstellt mit Movavi. Inhalt von diesem Artikel ist eben auch ein Tutorial, ein 20-minütiges, damit man, wenn man sich für Movavi entscheiden sollte, für seine eigenen Videos, wenn man da Interesse hat, eben gleich loslegen kann. Hier sieht man ein Beispielvideo, was ich erstellt habe über Movavi, damit man mal so einen kleinen Überblick bekommt, was da möglich ist. Und am Ende seht ihr hier noch das Tutorial. Das geht, wie gesagt, 20 Minuten. Und wenn man sich das angeschaut hat, kann man schon direkt starten und sein eigenes Video machen. Hier berichte ich noch über unseren Online-Kurs, Hoopers Agility für Einsteiger. Und ihr bekommt in diesem Artikel einen Einblick in die Hoopers Agility Trainer Ausbildung, die ich letztes Jahr abgeschlossen habe, bei Michael Krohner. Soviel zum Blog. Ich freue mich, dass du dir das Video angeschaut hast und du dich für den Weg des positiven Tiertrainings entscheidest oder schon entschieden hast. Denn es ist der schönste Weg im Umgang mit unseren Tieren. Ich wünsche dir alles Gute und verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Tschüss!